sky hi meine freunde und herzlich willkommen zu einer neuen runde neuen projekt tdt mit einigen youtuber und ein bisschen falsch haben ja es sind eine ganze menge leute dabei unter anderem der macer der quinn pandora shawnee max games phoenix aura und gamepad hero an dieser stelle würde ich gerne meine oma grüßen hallo hier könnte ihre werbung stehen ich bin im fernseh bin ich jetzt im fernseh ist das dieses internet ich schlafe du du depp du man schläft auch im bett nicht unterm bett ne wenn ich unterm bett bin könnte die monster nicht herkommen es ist monster unterm bett gute theorie hi sky ich gucke gleich nur mein spraypatter das ist voll witzig von ein zimmer raus padora ist da das geht im nächsten zimmer heim max hallo shawnee da war eine lemon was ist denn hier los schließt quinn ab quinn schießt immer die lemonade was ist da kein element mach quinn einfach fertig juggi der ist nämlich der einzige der immer bis jetzt die lemonade geworfen hat nein ich war das nicht ist doch nicht mein stil das weißt du doch ich glaub dir nicht so ganz ich habe ihn in die ecke gedrängt ich guck mir mal dieses schauspiel hier an das ist auch kommen wir nicht zu nah das sieht interessant aus ja quinn quinn was schießt jetzt auf mich timo du hast ihn abgeschneit ja quinn hat angefangen zu schießen nein hör auf mich zu schießen ey der hat mich auch gerade auf mich angeschossen nil was wo das ist was hier abgeht tschüss ja komm sky geil ist traiter während der aufnahme ist ein unbekannter fehler aufgetreten moment kurz raus und weiter geht's so phoenix aura ja nette wieder belegung von quinn ja könnt ihr da auch mal was machen ich schieß den die ganze zeit an ihr steht da unten rum nix passiert ich vertraue dir nie wieder tivo hi da hinten hat irgendwer geschossen ja ich glaube der moment dann setz ich mich mal kurz auf den tisch tivo ja immer ja ich geh kurz auf k max max ja wer tut das schon auerhaft verdammt auerhaft verdammt auerhaft ja überleg's dir gut ich hab nen shotgun also pandora ist lass mich in ruhe ich bin bei pandora und max geh einfach nach rechts geh einfach nach rechts geh weiter nein ich darf hier stehen du bist jetzt einfach nach rechts jetzt kommt noch einer ruhe jetzt schreibt jeder auf den zettel was immer an den anderen nicht passt dann kennen wir das also ich mag phoenix nicht mehr ich dich auch nicht das ist schön ich würd sagen wir nehmen das problem und schieben es einfach woanders oh wer ist hier pandora mag phoenix auch nicht ich bin bei max du hast einen shotgun geh geh weg geh weg hast du angst geh weg pandora hast du angst na komm 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 mal mit in die ecke ich schlack dich bin alles erschwert geworden geh weg komm da ist ne ecke blau pandora ist traiter ich bin nicht traiter wie kommst du denn da rauf ich schwöre ich schwöre auf alles dass ich detective trainiere ja genau ja genau ok bist du so geh weg so wieder da ich glaub da ist ein traiter unterwegs meint er meint er hab hier einer der nemming gezündet oh nein leute ich brauch Hilfe jawohl ein traiter ist da steck'n chernsie mit na was war das denn gerade wie ist das geil nein die trader falle ich weiß doch nicht was die gemacht hat in der wemo kamt hier ein kehre unter glaube ich diese mg ist übel scheiße oder ja ja also ich bin diesmal inno also ne ich bin immer ethisch ich hab euch nicht gesagt ich hab euch nichts gesagt das solltet ihr mal berücksichtigen ist da schon an der tote da hat man krass viel schaden bekommen ich hab grad schon krass viel schaden bekommen da liegt ne granate oder so da liegt ne granate oder so pandora hat einfach ne plasmarotter geworfen war langweilig ich hab meine füße du penner ey ich bin bei gamepad hinter dir schiefen ab der ist oder den und chaoni hat mir eben geblieben und chaoni hat mir eben geblieben ich bin nicht gelbe alles gut wow der nächste tino warte aber was ist denn das für eine scheiße also da mit der schrankte mit der trader falle pandora ich war vorher bei dem sofa ich bin wieder geported jetzt bin ich irgendwo quinn 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 nein er ist tot what the fuck wow disco wer 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 hat jetzt zwingen gemacht also ich hab keinen gemacht und Pandora hat sogar mit drauf geschossen, also ist Pandora für mich safe. Wieso wurde ich eigentlich schon zweimal heute geported in dieser Runde? Keine Ahnung. Ich dachte das ist immer random. Der ist auch random, von jedem halt aus. Jajaja, der random mag mich nicht heute. Achso, machen wir ihn mit Anzahl an Teleportieren, nur einmal Teleportieren oder so? Nö, würde ich sagen, einfach durchziehen. Ach, klar. Leute, Pandora ist jetzt gestoppen. Ich check mal kurz die gleiche von Pandora. Ja, der war eh nur. Okay, alles klar. Das sah richtig gut aus. Das sah gut aus, ja. Gut, wir haben noch da hinten den Sky, der da irgendwie so komisch rumläuft. Oh shit. Oh nein. Da kam irgendwo ein Schuss, ja? Da haben wir den Macer. Der Macer, warum bist du eigentlich eh... Wie ich am Anfang schon angeballert wurde, habe ich auch um Hilfe geschrien, aber keiner hat mich gehört. Ja, das ist ja auch verständlich. Ähm. So, Sky, hi. Ja, hi. So, was ist denn jetzt hier Sache? Oh, auf mich schießt einer. Oh, ist das gelogen. Yes! Hä? Alter. Das war geil. Max kommt zu mir gelaufen. Hi. Ich drehe mich um. Shotgun in your face. Alter, das war der erste. Ja, total. Ja, total. Johnny ist bei mir. Hier oben die Mac, die hier geschickt. Quinn, Quinn. Johnny ist tot. Hä? Das kann doch Quinn gar nicht sein. Das kann doch gar keine Kompass zu belevenen. Max Games, Max Games, Max Games. Hä? Nein, jetzt wo ohne Zeit. Ich habe es nicht gemacht. Egal, egal wer hier steht. Ich... Ne, warte. Doch, Max Games, Max Games. Oh shit, Max. Wer war das? Ich will doch! Ich will doch! Egal, was jetzt hast du... Ich hab nix getan! Hier liegt ein toter Inno. Ich habe einen Traitor getötet. Ich bin safe. Passt du eh nicht. Ich habe Quinn getötet. Get back, hero! Mikrofon muted. Die ist aber auf alles. Fuck. Alter! Nein, Pandora! Der Gamepad! Holy... Max Games warst du Traitor? Was? Die habe ich nämlich nicht gehört. Ja, ich war Traitor. Ich war Traitor, aber ohne Scheiß. Die Lemonade war von Quinn. Der war auch ein Traitor und irgendwer ballert mich ab. Und ich stürze in den Tod. Ich hab das gesehen, dass Quinn mein Traitor-Kollege war. Und ich hab einfach nur auf diesen Scheiß Lemonade gewartet. Irgendein Traitor portet mich aufs Regal. Ich fall runter, hab noch 15 Leben, laub 5 Schritte. Und Gamepad schießt mich über den Haufen. Was war das denn für nur noch mal? Ich dachte, du wärst wiederbelebt worden oder sowas. Das war so mies, Alter. Ich hab nämlich geportet. Ich hab so gedacht, okay, komm, wir machen mal Risiko, ja? Ich porte und sehe, dass ich mit Quinn geportet hab, Denk mir auch. Das soll ja scheiße. Dafür kriegst du gleich eine Komposte wieder. Ja. Aber wie ernsthaft. Was? Ein cooles Traitor, wenn jetzt eine Combustible fliegt, und dann gibt's mir nicht Bescheid. Ja, das ist echt das Problem. Jetzt brauchen wir mal einfach eine Komposten werfen, dann bin ich der Gearschte hier, weißt du? Ich warte grad drauf. Oh, jetzt ist er auf dem Sofa. Du hast mich auch schon mehr als einmal getötet. Ich mag ich auch nicht. Ja, irgendwie wachsen sich hier an der Ecke. Okay, nur diese Drecksnecke, in jeder Ecke. Gamepad schließt einfach wahllos die Lüftungsscheche kaputt. Sowas auffälliges. Irgendwo, auf irgendeinem Schrank oben, liegt noch ne Dingens, liegt das Sniper. Pandora, 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 Pandora! What the fuck? Das ist Pandora? Hallo? Nein, Pandora ist noch hier bei mir. Und Gamepad ist auch noch da. Hier ist irgendwo der Friendship Beam. Ich bin bei Phoenix Aura. Ist irgendwo Musik bei irgendeinem? Oh. Leute? Äh, Gamepad ist tot. Queen! Komm, wir gehen in die Lüftungsschein. Ja, soll wir gehen? Okay, komm. Raus aus meiner Hölle! Läuft, Pandora! Einfach mal Queen eingeschossen. Warte, ich hab mich wieder geschossen. Ja, also ich kann gar nicht weiter sein. Mit der Waffe kann ich ja nix erledigen. Ja, Pandora, ich halte dich im Augen. Die können damit was, aber halt nicht viele. Ja, aber nicht bei meinen Aim-Künstlern. Da umhimmelt jemand rum, das ist geil. Ja, das bin ich. Da kam dann Nate. Das ist mein Name. What the fuck? Irgendwer hat hier geschossen. Ne, war ne. Warte doch, war ne. LOL! Gamepad! Was? Nein, nicht gehen! Habe ich gar nicht, Alter! Oh, du hast ihn nicht identifiziert! Wer schießt hier? Sorry, das war ich. Ich wollte da hinten auf den Trader schießen. Ja, genau. Ja, ich bin Inno. Sky auf dem Schrank? Ich glaub Skymilk ist da oben kein Inno. Doch, da hinten wurde grad ein Trader gecallt, weil da hinten im Gang liegt ne Leiche. Ich hab meine Shotgun in der Hand, ich kann das von hier oben sowieso nicht gescheit treffen. Und irgendeiner. Warte mal. Da hat grad ein Traderfall hier oben aktiviert. Wo, wo ist der? Wo denn? Rechts neben dir. Ich glaub es war Quinn. Ja, Quinn ist tot. Du weißt, was er hat da in der Lemonade. Oh. Oh, ich bin der Letzte. Echt? Halt sich zumindest so an. Ja, Quinn war wirklich ein Trader. Leute, bei mir ist grad was explodiert. Irgendwer hat hier. Da hinten ist... Okay, Meister ist es. Der schießt auf mich. Jetzt schießt er nicht mehr. Ah. Oh fuck. Nein, scheiße. Das war ja fief. Ich hab... Oh, der ist zu klein. Oh. Aber ich schwörs dir. Ich hab ihn nicht getötet am Anfang. Ich war zwar Traitor, aber ich hab ihn nicht getötet. Du hast ihn aber auch nicht getötet. Ja, weil ich auch Trader war. Du hast ihn aber auch nicht getötet. Durch die Schublade bin ich nicht mal durch. Das hätte nicht so funktioniert. Ja. Wir müssen ja jetzt schon Tschüss sagen. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.